hey und willkommen auf meinem kanal marcel darf es erst mal heute gibt es angespielt und zwar boss of the mafia ich sage nach einem kleinen cut sind wir im game und legen los bis gleich leider so dass ich hier dann schon mal anspüle ok und es ist ein buggy jump im rand spült wie es ausschaut aber trotzdem schweizereien durchkommen den wisschen fahren ok erster ruf war kackt zweite runde sollte move ich will schon mal schaffen her nein hilfe nein so oh oh nein hilfe der typ springt wie ja der springt so weit so jetzt gehen wir da rechts rüber nein hilfe ich bin tot so jetzt müsst ihr hoch ich muss drei keys sammeln verdammt verdammt so leute ich packe nur rum alter ich bin der boss of the mafia oder so ich bin der Das war's für heute. 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 Tschüss.